Dynamo TV wird präsentiert von Verti Carles, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Hallo, ich werde eine Karte nehmen für das 60-Spiel im K-Block. Für Stuttgart oder für 60? Für Stuttgart. Gegen Stuttgart? Klar, sind Sie hier richtig. Ist jetzt mal ein Auftritt, oder was? Ja, klar. Kriegen wir auf die Zahl? Ja. Ich würde Ihre Jahreskarte nehmen. Wach mal. Dann Scam-Rinner. Ist das für Praktikumsplatz heute? Genau. Schon mal einen Zweitjob-Ausschau halten. 53 Euro wären das. Hauptbar, super. Ja, das sieht gut aus. Kriegen Sie drei Euro wieder? Also gnadenlos versagt, ne? Machst du gut. Immer loben. Was haben Sie sich denn für Katten gekauft jetzt? Für das Eröffnungsspiel am Sonnabend. Eintrittskarten für 1860 und fürs Pokalspiel Stuttgart. Für das DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart. Waren Sie schon häufig im Stadion? Also ich gehe seit 1980. Sehr schön. Na dann, was ist der Wunsch für Samstag? Ein Sieg. 2-1 für uns. Wille, zwei Stunden jetzt hier am Ticketschalter verbracht. Wie ist dein Fazit? Ja, mein Fazit ist positiv. Es ist auf jeden Fall mal gut, hinter die Kulissen zu schauen, die Fan-Näh zu bekommen, ein paar Unterschriften zu geben und mit den Fans auch mal ins Gespräch zu kommen. Ja, eine gelungene Aktion, da waren ein paar Leute da, haben sich ein paar Unterschriften geben lassen, man kommt ein bisschen in Kontakt mit den Fans und er ist, glaube ich, eine gelungene Aktion heute. So, dann viel Spaß, bitteschön. Bitteschön. Hast du alles? Und das Ticket. Bitteschön, tschüss. Danke. Und? Viel Glück, ja. Danke. Eine erfolgreiche Saison. Ja, danke. Danke, tschau. Würdest du es jederzeit wieder machen? Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.